Willst du dich nicht mal bei ihr entschuldigen? Gleich. Je länger du wartest, desto blöder sieht's aus. Steh doch einfach dazu. Was sagst du so leicht? Du hast dich auch nicht vollgereiht. Ich hol mir ein Eis. Komm ich mit. Ach, ähm, Bobby? Ja. Hängst du mir auch was mit? Was denn? Du weißt doch, was ich möchte. Ein großes, dickes Magnum. Am liebsten mit Nüssen. Das wär cool. Ahoi, Andi! Na, alles klar? Boah, was du lattenlich gestern. Ja, danke für deine Hilfe dabei. Alter, was geht denn bei dir? So, was denn? Äh, Gaywatch? Das kann halt nicht jeder so eine Schlabbershorts tragen wie du. Das wäre mich Alvanos. Alter, hast du ne Latte? Nein, spinnst du? Ah, da freut sich aber jemand, mich zu sehen, was? Nein! Ich hab mich noch gar nicht richtig bei dir bedankt. Für die CT doch, du hast? Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine, dass du auf meiner Party für mich gesungen hast. Das war echt süß. Ach so, das. Du bist süß. Lilly hat mir erzählt, dass sie viel Sport macht und so. Ähm, Andi, du könntest ihr doch mal dein, äh, dein Dings, ähm, zeigen, dein... Mein was? Na, sag schon, dein Dings, dein, äh... Penis. Was hältst du eigentlich von den Teamfrisuren? Wie kürzer die Hecke? Schon größer das Haus. Scheiß. Was ist denn los? Willst du mir? Hier draufreißen. Bist du bereit? Auf drei, ja? Ja! Hast du dich? Ja, ich dachte, je kürzer die Hecke, desto größer das Haus. Das Haus bewegt dich. 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 Das 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 bewegt dich. Vielen Dank.